Buenas noches, bienvenidos a Dias de Cine. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Edition des Dias de Cine hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Wir freuen uns sehr, dass Sie alle gekommen sind, diesen Tag um einen Film aus Argentinien zu sehen, La idea de un lago. Wir freuen uns auch besonders über unsere Unterstützung dieser Veranstaltung, und zwar den Konsulat von Argentinien hier in Frankfurt. Und bitte begrüßen Sie mit mir der Konsul Adjunto Federico Petrecke aus der Konsulat von Argentinien. Dankeschön. So, auf Deutsch oder Spanisch ist gut. Wir haben eine kleine Rede hier. So, sehr geehrte, muchas gracias a todos, es un placer estar hier. Sehr geehrte Natascha Gika, sehr geehrte Dias de Cine Team, meine Damen und Herren, das Argentinische Generalkonsulat freut sich heute Abend den Film La idea de un lago, der Regisseurin Milagros Movementaler in Ramenden des Lateinamerikanischen Filmfestival Dias de Cine zu präsentieren. Acá tengo una breve reseña de la película, pero no la voy a contar, pero no tiene sentido. Das Generalkonsulat von Argentinien fühlt sich sehr geehrt, erneut Dias de Cine in seinem fünften jährigen Bestehen zu untersutzen. Dieses Festival hat sich als Medium des Lateinamerikanischen Kinos in Frankfurt am Main etabliert und war von Anfang an ein Forum für die Verbreitung und Reflexion über zeitgenössische lateinamerikanische Kinos. Wir freuen uns über die herzliche Einladung und wünschen Ihnen viel Spaß bei La idea de un lago. Muchas gracias. Applaus 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 Vielen Dank.